Hallo Leute, willkommen zurück zu ARK und jetzt geht es los. Wir gucken mal, noch 23 Sekunden und dann haben wir Spoiled Meat und können Narkotiks machen und dann hole ich mir einen Dodos oder auch zwei. Je nachdem, was es dann hergibt. Ah, nebenbei kann ich mal reparieren. Dann muss ich das immer erst hier rausnehmen. Ähm, Repair Item. Das mache ich auch mit der Stone Hatchet. Oh, da fehlen mir... Ne, geht doch. So, die ist Repair, die auch und ich glaube, ich crafte mir gerade nochmal... Naja, nicht so. Ein Speer. Da fehlt mir Flint. Stehen wir wieder auf. Ja, genau. Flint, Flint, da habe ich Flint. So, gib mir den Speer. Ach, der hat sich direkt da unten reingematcht. Super. Ähm, das Flint pack ich wieder weg. Spoiled Meat. Jawohl. So, und jetzt gehen wir hier mal hin. Ich nehme noch ein paar Narko-Berrys mehr mit. Einfach mal alle. Weil das hält sich ja dann ewig, dieses Narkotik. So. Wie viel kann ich denn machen? Wie, das war's? Ach, wieso bra... Das braucht auch nochmal so viel. Ich dachte, das geht gleichzeitig. Gut, ich hoffe mal, dass dann das, was ich jetzt habe, ausreicht. Diese eine Narkose-Mischung. Und lauf mal zu den Dodos. Do, 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 do. Oh, da kommt wieder ein Flugsaurier an. Ah. Was hat er? Was hat er? Durst hat er wieder. Oh, ein bisschen Leck. Das sah gerade komisch aus. Das Wasser. Oh, da hinten kämpfen sie wieder. Los, Großer. Mach den kleinen platt. Die gehen mir auch auf den Sack. Die spucken immer rum. So. Jetzt kann ich auch mal das letzte Fleisch gerade essen. Damit er sich nicht beschwert. So, nämlich... Boah. Neben dem Großen hier. Komm. So. Hey. Access Inventory. Nein. Ich habe das Narcotic nicht mitgenommen. Okay, dann habe ich ein bisschen mehr Fleisch. Ist doch auch gut. Habe ich überhaupt Fleisch rausbekommen? Nee, ja. Habe ich das echt drin liegen lassen? Ärgerlich. Nehmen wir noch ein paar Steine mit hier. Habe ich auch für ihn ein paar verbraucht. In der Aufnahme davor. Letzter Part. Müsst ihr mal reinschauen. Und. Komm. Ja. Also wenn man richtig springt. Also gut springt. Dann kommt man über diese Kanten drüber. Aber manchmal ist es auch nervig. Es gibt welche, da bleibt man dann richtig dumm hängen. Super Jump. Ja. Jetzt bin ich schon wieder müde. Aber ich kann noch sprinten. Yo. So habe ich das echte drin gelassen. Natürlich. Drugs. Mir fehlt Spoiled Meat. Okay. Krass. Dann gehen wir nochmal da hin. Was habe ich denn an Armourberry 36? Sollte reichen. Und zur Not muss ich eben nochmal nebenan in die Büsche. Oder ich mache es direkt unterwegs. Ich habe zwar Bären, aber ich suche noch ein paar Bären. Ja, da war noch eine dabei. Ja, ich brauche irgendwie richtig viel Fleisch. Ich weiß auch nicht. Also so ein großer Dinosaurier, der bringt bestimmt viel mehr. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, was ich mit dem Zeug anfangen kann, wenn das Fleisch vergammelt ist, ist es nicht so schlimm, wenn ich zu viel habe und das dann halt vergammelt. Wie kommt da denn rausgesprungen? Ey, der liegt ja noch hier. Aber der ist schon tot, ne? Ja, wieso? Vorhin ist er doch auch verschwunden. Egal, dann ist es jetzt der hier. Das ist ein weiblicher. Das ist mal voll die Bitch geboxt. So. Ja. Ach so, jetzt. Nein, die nicht, die nicht. Die. So, jetzt müsst ihr auch das Level stehen. Ja, der hat doch noch gar nicht so viel Damage bekommen. Ich habe nur mit der Faust zugeschlagen. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie sich das mit diesem Narkotik hier verhält. Oh, der frisst schön weiter da. Ich meine, es geht trotzdem weiter runter. Die Frage ist, ob es dann rechtzeitig greift, ne? Oder vielleicht brauche ich mehr. Ja, das Taming geht nicht so gut voran. Vielleicht braucht man wirklich mehr. Aber ich habe ja hier ein bisschen Meat. In vier Minuten ist ein Stück davon vergammelt. So, zeig mal, was machst du? Oh, elf. So, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Entweder das ist zu wenig. Zu wenig! Mach keinen Stress. Boah, ich dachte, er will jetzt zuhauen. Also, der wollte zuschnappen so. Wo er in die Richtung, wo er sich gedreht hat halt. Habe ich Angst gehabt. Was macht er? Das Taming ist noch nicht mal bei der Hälfte. Und die Taming Effectiveness ist ja gar nicht mal so schlecht. Und jetzt? Steht der auf? Ja, dein Ernst? Ey, ich verstehe es nicht. Brauche ich dann... Und dann kackt er erstmal hier hin, ne? Komm, dann... Warte mal. Habe ich noch andere Dodos? Da hinten sind noch welche. Dann kriegst du jetzt... Voll auf die Fresse, Junge. So. Kann mir das mal erklären, bitte, in den Kommentaren. Wenn ihr ganz genau wisst, wie das geht. Ich habe da ein paar Infovideos zugesehen, aber... Vielleicht sind die älter. Und es kam ein Patch zwischendrin. Dass das so nicht mehr funktioniert. Ich weiß es nicht. Boah. Wie habe ich das denn genommen? Ich war gar nicht drüber. Da ist irgendwie drüber geglitscht. Hier hat das gerade nicht gemacht. Hm. Ja, immer bin ich müde. Es sind... Meines... Also... Ich finde, das ist ein bisschen zu viel, was da alles eingeblendet wird. Erst bin ich müde, dann... Ist es mir kalt, dann ist es mir heiß. Dann habe ich wieder Hunger, dann habe ich wieder Durst. Also richtige Memme. So ein Atze, weißt du? Aber eine richtige Memme. Hey, mir ist kalt. Mir ist heiß. Ein Stone. So, wie weit bist du denn vergammelt? Finde ich echt krass. Da müsste ich jetzt echt viel mehr machen. Also in dem Fall finde ich es echt schon wieder doof, dass erst ein Stück vergammelt, dann das nächste, dann das nächste. Wenn das so ist. Da habe ich keins mehr. Ne, das ist auch schon weg. Eine Minute. Von den Bähnen habe ich ja noch genug. Ich könnte mir hier ein bisschen ausleeren, solange. So, Fiber, Wood, Fetch, Fiber, Height. Äh, die Geräusche. Ich glaube, der hat Hunger oder sowas. Ach, guck mal. Ach, ich dachte schon, der hätte jetzt die Teile da alle gefressen. Mission Burry. Medium. Äh, der will ich gar nicht wissen, wie big ist. Das war doch schon ein Mega-Klumpen. Auch in der letzten Folge kackt mir da einfach mal einer so vor die Füße. Oh je. Warte mal, kann ich nicht diese... Wo sind sie? Wo sind sie? Stimburys. Nein! Was ist denn jetzt, Alter? Ich wollte doch gerade die Stimburys essen. Wenn man wieder da liegt. Äh. Ja, steh auf. Ha. Das sieht aus, ey. Kann man bestimmt gut schlafen. Ja. Da muss man auch schon die Zeit geben, ne? Jo. So, einmal habe ich Spoiled Meat. Hier aber mal eben Fleisch braten. Der hat wahrscheinlich auch Hunger. Wie immer. Da habe ich wieder nichts mit. Ich muss mal hier so ein ganzes Stack Holz draufpacken. Weiß gar nicht, wie viel hier ein Stack ist. Ne, ja komm. Die Hälfte nehmen wir. Ich habe doch irgendwo schon mehrere Stacks von. Und zwar 98, 97, 200. Es sieht so aus, als ob jedes Objekt eine andere Stack-Max-Zahl hätte. Hier sind es 52. Von dem Fiber kann er 200 tragen. Aber hier 189. Ein bisschen random kommt mir das gerade vor. Aber wer weiß, was dahinter genau steckt. Vielleicht weiß ich das auch nur nicht. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Drugs. Drogen. So, hast du jetzt ein... Ja, genau! So geil. Oh, fuck. Ja, nicht die Konsole. Ich habe zum Glück die ganzen Sachen noch. Ich hätte doch einfach auf mein Bett klicken können. Aber gut, ich habe nichts verloren. Woran ist der jetzt verreckt? Sag mal. Kann man das mal nur sagen? Ja, wegen euch Wichsern. Ja. Gebt mir das. Halt und Fleisch. Weil ihr einfach nicht... Wow! Ihr lasst euch einfach nicht zähmen. So geht das nicht. Der erste Tod, ey. Aber ich konnte zum Glück wieder einsteigen. Was habe ich denn für ein Level? Zehn. Okay, Level zum Glück auch nicht verloren. Ich wusste ja nicht, wie das ist. Ne, der erste Tod ist es gar nicht. Halt! Ich bin doch schon mal getötet worden. Aber der erste Tod wegen eigener Dummheit. Aber wo war der denn bitte verletzt? Ach, weil ich da abgestürzt bin? Zu hoch gesprungen? Oder dann so... Ich nehme die ganzen Steine mit. Du blöde Schildkröte. Dich mache ich auch noch kalt. Eine habe ich schon erledigt. Die nächste hole ich mir mit der Steinschleuder. Oh, gutes Stichwort. Habe ich denn die... Ja, wie ich da noch liege. Ich habe noch die Punkte. Sehr gut. Guck mal! Das bin ich. Witzig, ne? Ich gucke gerade, dass die Schrift nicht ist. Das wäre ein guter Thumbnail. Gutes Thumbnail. Äh... Oh, da war es gerade nicht. Voll ihr Schissnafe, du! So, gib mir das. Ja, ich habe es für noch wieder nicht angemacht. Ähm, geil. So kann der ja auch kein Raw Meat bringen. Und das... In 8 Minuten. Aber die Narcotic, die hat er noch gemacht. Eine besoffene Knell hier. So, mein Inventar. Ist natürlich jetzt alles weg hier. Das bedeutet... Warte mal. Hier kann ich Access. Genau. Und dann kann ich mir meine Sachen wohl wieder rausholen. Meine Stonepick. Mein Spear. Äh. Ach, guck mal. Den habe ich jetzt doppelt? Ha, das wär's. Aber die habe ich doppelt. Das ist ja voll Bug. Ja, da... Ja, geil. Das habe ich jetzt auch doppelt. Was bringt mir das? Das ist eine gute Frage. Das hatte ich schon doppelt. Eine witzige Sache. Nee, an. Ich vergesse mal gedrückt zu halten. Guckt mit. Guckt mit. So, das sind 7 Minuten. Und das sind 4 Minuten. Was hatte ich jetzt denn noch dabei? Ähm, genau. Ich wollte jetzt hier... Hier rein. Ich brauche das nicht doppelt. Hey. Genau. Ich brauche die nicht doppelt. Also, man hat gesehen, es ist ja nicht verschwunden. Den kann ich gar nicht ablegen. Das auch nicht. Und das Teil... Ja gut, das wäre ja blöd, wenn das gehen würde. Was ist hier? Okay, dasselbe. Boom. Die... Close Gloves brauche ich nicht. Und das kann wieder hier mit rein. Ich habe immer schon so ein bisschen gern ein klares Inventar. Yes. Nein. Soll es alles... Ach so. Dann muss ich hier klicken. Okay, dann habe ich alles und dann... Ja, geil, auch die Sachen. Nackt da in meiner Hütte hier. Nicht, was ihr jetzt denkt. Los. Komm runter. Und? Tschüss. Wir sind wieder... Kalt. Komm, setz dich hier hin. So, und mit diesem Bild beenden wir auch den Part. Leider haben wir wieder keinen Dodo gezähmt. Gucken wir mal, ob wir das beim nächsten Mal schaffen. Ich danke fürs Einschalten. Bitte bewertet den Part. Und dann sage ich mal, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.